Der Audi Q2 soll mit 20 cm Bodenfreiheit und knackig kurzen Überhängen die Hardcore-Fraktion von Audi im Kleinwagen-Segment ergänzen. Permanenter Allradantrieb ist zumindest bei den beiden Top-Motorisierungen vorhanden und bietet entsprechend gute Traktion. Zum Einsatz kommt auch eine neue 7-Gang-Automatik, die als Doppel-Kupfungsgetriebe Komfort und Effizienz verbindet. Der Audi Q2 deckt ein Leistungsspektrum von 116 bis 190 PS ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.